Wird es jetzt gefährlich? Die Chance. Was für eine Distanz und was für ein Tor. Dann nimmt er Maß und drin ist der Ball. Unhaltbares Legen hier aus der Distanz. Jetzt nimmt er sich einfach mal ein Herz. Er sieht die Lücke und nutzt das. Er ist jetzt ein Herz. Er ist jetzt ein Herz. Vielen Dank.